I wanna be a C-Star Die Anstrengungen der C-Star Discovery Teilnehmerin 2014 haben sich gelohnt. Jetzt bekommen sie endlich ihre Belohnung. Ja Mädels, Stunde der Wahrheit, ihr habt gekämpft, habt jetzt den Tauchschein bestanden. Ja, Donald hat alles soweit vorbereitet und wird euch jetzt das Privé übergeben. Ihr könnt ja weltweit euch also dann in die Tiefe stürzen. War anstrengend für euch gewesen, aber ich denke, es hat sich gelohnt und ihr werdet hoffentlich euer ganzes Leben an diesem Tag zwölf denken. Okay Mädels, ich rufe jetzt erstmal die Namen auf und dann könnt ihr ja aufgehen. Und euch die Karten abholen. Jedes der Mädchen erhält ihre offizielle Open Water Diver Card. Damit sind sie nun im Besitz ihres Tauchscheins. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. Ich habe es geschafft. Ich habe den Open Water Diver geschafft. Ich bin ganz stolz auf mich. Mir geht es jetzt super. Also das Ding jetzt in den Händen zu halten, ist mein Ziel für diese Competition gewesen. Ich bin froh, das Teil jetzt endlich zu haben. Das bescheinigt mir, dass ich alles richtig gemacht habe, was das Tauchen angeht. Ich habe den Tauchsport für mich echt entdeckt. Ich werde das weitermachen und freue mich auf die nächsten Tauchgänge. Es war eine super Zeit und ich habe es echt genossen. Das ist gar nicht. Wir freuen uns riesig. Endlich. Das ist jetzt in der Halswahl. Also hier ist der Beweis. Ich kann das noch gar nicht so richtig fassen, dass ich das wirklich geschafft habe, sodass ich über meinen Schatten gesprungen bin, so tief zu tauchen, dass ich den Druckausgleich hingekriegt habe. Aber ich hatte ja auch einen guten Buddy, der mir geholfen hat, bei allen mich unterstützt hat. Bei allen Tauchlagen, Linklagen. Aber wir haben uns ja alle gegenseitig unterstützt und motiviert, dass wir das auf jeden Fall alles schaffen werden. Ja, genau. Das ist alles super. Ja, ich bin so froh, dass jetzt alles gut ausgegangen ist. Also ich bin richtig stolz jetzt. Haben wir gut gemacht. Ja. Aufsatzweiland! Juhu! Am nächsten Tag heißt es trotzdem früh aufstehen und Abmarsch. Gut gelaunt machen sich die zehn Mädchen auf den Weg zum Shuttlebus. Und dann geht es quer durch die Wüste. Keiner von ihnen weiß, wo es heute eigentlich hingeht und was genau ihnen bevorsteht. Endstation Wüste. Es wird auf jeden Fall wild spekuliert. Ja, also wir haben jetzt schon im Bus die ganze Zeit alle gerätselt und sind voller Erwartungen und wissen jetzt aber absolut überhaupt nicht, was uns erwartet, weil hier einfach so vieles in Frage kommen könnte. Ja, also das Kitesaufen, da hätte ich echt voll Bock drauf. Das sieht total geil aus. Wollte ich noch nie mal ausprobieren. Hoffen wir mal. Vielleicht wird es aber auch Bananabrot fahren. Ach so. Ein Wasser ist eigentlich alles gut. Oder Quatt fahren. Sabrina, hast du denn überhaupt noch Bock auf Wasser? Ja, ich habe mich eigentlich jetzt eingestellt, dass wir in die Wüste fahren. Ich habe mir extra keine wasserfeste Maskehara drauf gemacht. Jetzt sind wir wieder im Wasser, aber ich habe auf jeden Fall Bock. Kitesaufen, Bananenboot fahren, egal was. Hauptsache Spaß. Ja, es wird richtig geil. Also sollten wir heute Kitesaufen gehen. Das wäre eine Riesenherausforderung. Ich habe noch nicht einmal gesurft, finde ich noch nie. Und ich war auch noch nicht Skifahren. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Schlittenfahren. Das hat wahrscheinlich jeder von uns gemacht. Und jetzt bin ich echt gespannt, was uns erwartet. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, was passiert, weil wir haben schon so oft spekuliert und dann kam plötzlich was ganz anderes. Also ja, jetzt warten wir einfach mal ab, was kommt. Die Mädels spekulieren jetzt ganz aufgeregt, was heute passieren wird. Wir sind jetzt hier zwar noch am Strand und in der Kitesurf-Anlage, aber die werden gleich eine Quatsch-Challenge machen. Das wissen sie noch nicht. Und sie machen sich schon fast in die Hose, weil es heute der letzte Tag ist und sie denken, sie müssen wieder ins Wasser. Dann taucht Stefan, Hotelmanager von Breakers und Jurymitglied auf. Er verrät den Kandidatinnen, was sie heute erwartet. Sie werden Quad fahren und an verschiedenen Stationen Challenges meistern müssen. Stefan weist die Mädchen erst mal ein. Diese Challenges an sich sind eine wahnsinnige Herausforderung und es kann alles passieren. Wir wissen es nicht. Dann heißt es wirklich Teamwork. Danach muss Veranstalter und Jurymitglied Martin Helmers aus Erfahrung heraus die Kandidatinnen noch einmal auf die Gefahr beim Quad fahren hinweisen. Das ist nicht alles auf Schienen fährt, sondern ihr fahrt die Dinger selber. Wir haben letztes Jahr im Teilland einen Crash gehabt. Ein Mädel hat sich überschlagen mit dem Ding. Das ist neben ihr gelandet. Es können Steine auf den Weg springen oder so. Ihr müsst wirklich aufpassen. Es ist gefährlich. Fahrt nicht zu schnell. Erst mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Nach diesen Worten hören die Girls sehr aufmerksam zu, während ein Guide ihnen alles Wichtige am Quad erklärt. Dann heißt es Helm auf, Schutzbrille an und aufsatteln. Stefan gibt das Kommando zum Start für die Quad Challenge der Seastar Discovery 2014. Okay, ladies, you ready to rock? Yeah! Okay, go on the bike! Put on the engines! Nach einer kurzen Tour erreichen die zehn Mädels ihr Ziel. Stefan erklärt ihnen, wie die erste Challenge jetzt genau aussehen wird. Also, die erste Challenge. Und natürlich gibt es auch die erste Trophäe. Das heißt, wir haben hier die Startlinie und die Ziellinie. Das sieht nicht weit aus. Und jetzt kommt es zum Teamwork. Teamwork ist gefragt. Alleine geht gar nichts. Das geht funktionieren nur der Gruppe. Sie ist da, Woters! 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! Die Siegerinnen stehen fest und die Gruppe ist sichtlich erleichtert. Dann heißt es wieder ab aufs Quad und es geht zum nächsten Challenge-Austragungsort. Was dort passiert, seht ihr in der nächsten Folge vom Halbfinale der Seastar Discovery 2014. Zehn, neun, acht, sieben, fünf, vier, drei, zwei, eins.